Hallo, mein Name ist Paul Harater. Ich bin Yanni Posen. Ich bin Sandra Lehner. Hi, mein Name ist Lasse Scharpen. Wir haben die erste Jugendserie, die frei produziert wurde, gemacht. Ich bin ein Writer und Produzer von Mental, ein brillant finnisch TV-Drama. Ich druck die deutsche Adaption des norwegischen Erfolgsformates GAN. Bei der CTV-Konferenz werde ich über Dramaserien für die Generation Z sprechen und wie diese Generation das Fernsehen im Allgemeinen verändert. Ich freue mich, euch zu sehen. Bei der CTV-Konferenz am 8. Mai an der Fachhochschule St. Pölten oder im Livestream. Ich freue mich auf euch. See you.